Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Layers of Fear. Servus. Wir haben gerade festgestellt, wenn man neu startet, anscheinend landet man immer in diesem Raum. Wir werden ein bisschen was wiederholen müssen anscheinend, aber wir legen einfach direkt mal los. Was ist, wenn du versagst? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... Ich weiß es nicht. R2-D2. So. Das Ganze hier kennen wir ja eigentlich schon. Keine Ahnung, was das Spiel gerade mit uns treibt, ob das einfach wegen dem Speichern so ist. Hey! So, wir testen hier, dann müsste der Stuhl auftauchen. So. Da durch, glaube ich. Muss ich immer durch die Tür, dass sich was verändert? Dö. Hallo, Baby. Ich hasse Puppen. So, wir rütteln nochmal an der Tür. Machen mal das Licht an. Oh Gott, das sind halt echt schon sehr creepy. Wir kennen es schon, aber trotzdem... Trotzdem... ...ääh, einfach. ...passe die Stelle trotzdem einfach. Oh, guck mal, ein Bibi. Gut. Gut. Dankeschön. So! Dankeschön. Wir dürfen hier also nicht mal hinterher schauen. Wir laufen einfach straight forward. Matrix-like. Wir sind, glaube ich, da durchgegangen, ne? Guten Tag, Babys. Und wir gehen mal hier lang. Und da vorne ist sie. Sollten... ne, okay, da kann man nicht langen. Oha! Fuck, Alter. Das ist schon irgendwie geil, ne? Können sie bitte weitergehen? Guck mal, ist schon irgendwie sexy. Hallo, Tochter! Ich hoffe, es ist kein doppelter Sound drauf, weil wir mit Boxen spielen. Wenn doch, tut es mir sehr... Ach, wir haben uns gerade aufgerichtet. Ich hoffe, es war richtig, was wir gerade getan haben. Oh! Ach! Ach, seht da mal! Es geht weiter! Ach, schön. Und was hast du gemalt? Das habe ich... Hm. Das habe ich mal mit Lippenstift gemacht. Als Kind. Mit einem roten Lippenstift von... Uahhh. Es schaut ein bisschen aus wie das Zeug, was ich... ...was ich letztens am Hals hatte. Wie Flüssig-Latex. Es ist einfach nur Flüssig-Latex. Ja, es schaut genau aus wie Flüssig-Latex. Wow. Ich kann es nicht unterdrücken. Ich muss hin... Ich will hin. Oh! Wen... ...stellt das dar? Ich meine, es ist ja ganz offensichtlich unsere... Soll es unsere Tochter sein? Weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dadurch, dass wir so ein schlechter Papa anscheinend waren... ...dass das wir sind. Dass sie uns malt... Ja, das Geburtstag. Das Geb... Das Geburtstag habe ich vergessen. Hätte ich mich umdrehen müssen? Haben wir jetzt ein... ...ein Jumpscare verpasst? Oh! Ich hatte das schönes Lied heute Nacht. Ich dachte, dass er mich auf mich kam, er mich liebte, er mich liebte, wie er es schon gemacht hat. Aber wir wissen, dass ich, während ich mein Liedschen-Liedschen-Liedschen-Liedschen, es war du, es war du, er war du wirklich, für dich. Nennt man das bei Frauen eigentlich auch, wenn sie betrogen werden, dass sie gehörnt werden? Oder ist das nur... Das war kein Mensch. Hallo? Yes? Ja, gib auf, wie immer. Soll das eine Botschaft von unserer Frau vielleicht sein? Warum ist dein Fall in die andere Richtung? Ach Gott, ach Gott. Wir könnten uns auch mal wieder auf den Boden legen und ein Bad nehmen. Wenn die Kerzen jetzt gleich alle ausgehen, ne? Übrigens haben wir, glaube ich, schon ein paar wichtige Informationen verpasst. Aber nicht so schlimm. So. Oh, ein Bild. Hallo? Gib's mir! Gib's mir! Okay, dann nicht. Hä? War die Tür gerade schon weiß? Ich hab die Tür noch gar nicht gesehen. Nicht das, was du sagst. Ach du Scheiße. Jetzt juckt's mir am Ohr. Aber wieso können wir... Oh, ich will's aufmachen! Schnauze! Ich hab dich schon vorher gehört! Schnauze, ich hab dich schon vorher gehört! Ich will's jetzt tun! Ich will's jetzt tun! Ich will's tun! Ich will's tun! Jetzt tut mir leid, das hat sich angeboten! Es tut mir leid, das hat sich angeboten! Hashtag no hate! Schnauze! 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 Oh, oh. Okay. Stille, kleines Schätzchen, die Nacht ist kahl. Sterne löschen, die ist dunkel auf einmal. Mama, Mama kam des Abends und deckte dich zu. Die Gänsehaut. Nun ist sie nirgends, nicht binden kannst du nicht du. Hallo. Hundi? Ähm. Oh. Was? Ach so, okay, gut. Was? Ich war schon halbwegs durch. Und nebenbei, es ist nicht so, dass ich es einfach zurückblicken kann und die ganze Sache vergessen kann. Oh, alles schön. Alles tut die. Warum ist die Tür noch da? Ja, ja. Die machen wir mal zu. Tschüss. Tschüsschen. Hallo. Oh, Mann. Ja, aber schau mal, wie abgefuckt das ist jetzt. Das ist mein Malz. Back in der Zimmer. Warum machst du das mal? Gucken. Ich glaube, auf unseren Herrenständer häng ich auch ein paar Gorn. Weg. Gegangen. Etwas leerer Blick. Oh, unser... Schau mal, was uns noch gar nicht aufgefallen ist. Er pisst sich selbst auf den Fuß. Während er in den Nacken gebissen wird. Nee, in den Arm. Ja, im Arm schaut er. Wir haben immer noch keine Bilder gefunden. Wieso finden wir denn keine Fotos? Bin ich so blind? Mach doch einfach welche. Ich weiß, wo du dann... Ich wollte es gerade sagen. Ich weiß, wo du dann gerade den zooms. So, gleich legen wir das Haar da rein. Oh Gott, gibt es was Neues hier? No. 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 Nein. Nischt. Gut. Dann würde ich sagen... Ach, siehste mal hier. Ähm... So kannst du jetzt da ein Haar gefundenes Haar-Ding da jetzt. Das kommt erst nach dem Bild, glaube ich, da rein. Das war das letzte Mal auch. Ich weiß nicht, ob wir das schon alles hatten. Ich hasse selbst jetzt verloren. Allein. Hoffnungslos. Du bist immer alleine gewesen. Du wirst immer. Ich hoffe, ein schwerwiegender Fehler beende es. Ich bin gespannt, was wir jetzt sehen. Ja, gut. Ich würde sagen, immer noch mein Spiegelbild jeden Morgen. Nur jetzt deutlicher. Sieht ein bisschen aus wie verbrannt, ne? Oder geschmolzene Haut. Weg einfach. Kaputt. Ähm... Jetzt haben wir hier unsere Haarsträhne. Die Pinsel-Haarsträhne. Wir kontrollieren nochmal... Gut. Wir haben nichts weiteres gefunden. Immer noch dauernd. Entscheidungsfrage. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder... Wir gehen links. Wir sind heute mal alternativ. Ja, super. Hallo? Hallo? Guten Tag. Ja, schön. Es ist gar nicht mal mehr so schön. So wird es hier... Hallo? Hast du die Tür gehört? Going in circles. Unsere Haut. Ah. Im Delirium. Leicht zu vergessen. Betrunken. Nicht genug Zeit. Kannst du bitte die Lampe wieder anmachen? Nein? Erinner dich an jedes... An jeden Fehler. Nicht genügend Zeit. Mach's diesmal richtig. Fucking ernst. Ist aber nicht mal. Nein. Nein, kann man nicht. Nein. Let's memory. Ach so. Ach schön. Wir hatten also eine Raum in Raum... Äh... Hier, ne? Also... Ach, schön. Ich muss mich nicht entscheiden... Was wir uns zuerst anschauen. Ach. Mach mal die Tür zu hier. Ich will da durch. Gut. Dann, äh... Mensch. Mach zu. Mach jetzt zu. Ähm... Jetzt ist ruhelose... Ruhe. Ruhelose... Hallo! Mir auch. Jetzt schon wieder. Und gleichzeitig hab ich jetzt schon Gänsehaut. Das kennen wir ja. Ich find's trotzdem echt... Heavy. Ach nee. Lalalala. Haha. Nein. Lass mir bitte wenigstens Licht. Lass mir bitte wenigstens Licht. Weil Gänsehaut scheiße. Nein. Nein. Ich möchte das nicht. Wissen wir, wie unsere Ehefrau heißt? Ah! Fuck! Scheiße! Wir haben eine Errungenschaft bekommen, Leid des Künstlers. Und ich wurde gerade geschlagen. Habt ihr das gesehen? Vor allem hab ich ein frisches Tattoo auf dem Arm und wurde voll auf das Tattoo geschlagen. Und ich glaub, genau die 20 Minuten sind jetzt rum. Wir machen... Wir machen... Ich muss pissen. Wir machen eine kleine Unterbrechung. Ich brauch definitiv, äh, Deo und, äh, ein Taschentuch. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Haut rein! Servus! 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 Vielen Dank.